Ich glaube ich bin online, ne? Was geht? Haben wir kein Schildchen? Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen, ähm, Abendstream am Mittwochabend, 22.15 Uhr haben wir. Und das ist ja die Bestrafung der vorletzten Challenge Strike. Ja, ich hab ja eben Battle vs. Chess verloren. Und, ähm, tja, was soll ich sagen? Es gibt ja einige, die gesagt haben, boah, Adi, Alter, warum denn so spät? Aber das war leider, äh, ja, die Prämisse. 22 Uhr haben wir gesagt, da wir aber gerade noch schön aufgenommen haben, ähm, haben wir es jetzt auf 22.15 Uhr gelegt, damit ich nochmal kurz auf die Toilette für kleine Jungs gehen kann. Und, äh, ja, dann kann es jetzt eigentlich auch gleich schon losgehen. Falls die Kamera oder sowas zu klein sein sollte, ich bin noch nicht so mega geil equipped wie der Peter, ja. Der ist, äh, nämlich voll hardcore am Start mit seinem Key und was weiß ich nicht alles. Das Equipment will ich mir aber auch noch besorgen. Nichtsdestotrotz, äh, was denn? Peter sagt mir was. Was ist denn los? Wie sieht das so aus, als würde bei dem Twitter-Fenster was nicht funktionieren? Bei dem Twitter-Fenster? Das kann aber nicht. Jetzt natürlich auf New Game Gear. Ich mach jetzt, ich starte jetzt einfach mal das Spiel. Vielleicht kann ich ja in-game irgendwie die Auflösung ändern und dann nochmal kurz in-game-jahr. Vielleicht funktioniert das, ja. Bis auf den Twitter... Adi, das ist ein 720p-Spiel höchstens. Ja, deswegen musst du das mal ein bisschen ändern. Änder mal deinen Bildschirm von vornherein schon, äh, auf 720p. Du meinst den zweiten Bildschirm, ja. Den ersten, auf dem das Spiel läuft, würde ich sagen. Den ersten, deinem Windows-Bildschirm, alles auf 720p, da müsste das gehen. Ach so, du meinst, dann streckt der sich nicht mehr so krass, oder wie? Ja, ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Ich will jetzt sehen, wie du das spielst. Ja, ich, äh, ich versuch's. So, okay, ich geh jetzt mal auf 720p runter, übernehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Änderungen beibehalten, gehen wir dir auf den Sack. So, jetzt möchte ich das bitte hier da haben. So, das minimieren. Hey, es funktioniert! Okay, jetzt sollte der Chat aber eigentlich funktionieren. Bei mir ist es noch nicht angekommen, aber ich glaube, ja. Aber es müsste jetzt eigentlich gehen, er hat's nicht mehr zur Seite geschoben. So, alles gleich, läuft. Ah, wir haben übrigens einen neuen Subscriber, hab ich gerade gesehen, ja. C-Lay, oder, oder C-Lay, oder wie auch immer. Herzlichen Dank, ja. Willkommen. Und, äh, ich glaub, wir müssen hier einem... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier überhaupt funktioniert. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ich muss jetzt hier wahrscheinlich bei diesem Raum anfangen, oder so. Aber das funktioniert nicht. So, Power Left 85%. Alter, das hat's Spiel auch noch nie gespielt, Peter, ne? Nee, und ich geh jetzt wieder auf K. Ja, genau. So. Okay, ich kann das Licht hier zumindest anmachen. Ah! Ich kann die Tür zumachen. Und hier auch. Wollt. Alles Lärchen. Ich bin zu leise. Das Spiel, das Spiel leiser, okay. Ich kann das Spiel mal... Wir können das ja alles easy regeln hier, ja. So, das ist ja kein Problem. Ich mach das Spiel jetzt mal leiser. So. Guck mal, machen wir das mal auf 20%. So, jetzt ist das Spiel um einiges leiser. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Nichtsdestotrotz weiß ich noch nicht so genau, wie die Scheiße hier funktioniert. Ich weiß nicht, Jay hat das, glaube ich, schon mal gespielt, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Boah, jetzt hab ich das Licht angemacht. So. Alles klar. Ich kann aber zwischendurch auch natürlich mal hier auf den Chat achten. Ist klar. Weil rechts seh ich hier Twitter. Links seh ich den Stream. Oh. Ich seh jetzt hier diese scheiß Kamera und ich seh hier komische Viechers, ja. So, Showstage 1A. Ah, ich kann... Okay, ich kann durchschalten mit der Kamera. Das kann ich machen. Sorry, out of order. Okay, was ist das hier? Das scheint auf jeden Fall so ein Gruselkabinett oder sowas zu sein. Okay, ich verbrauch den ganzen Strom. Vielleicht soll ich das mal nicht tun. Ja, Leute, ich hab das Spiel da nie gespielt. Ja, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das ist hier... Das ist natürlich nicht so easy. So, ich bin hier. Ich bin da unten, das sieht man ja. So. Und da ist noch ne Kamera. Don't run, don't yell, don't scream, don't poop on floor. Stay close to mom. Don't touch Freddy. Don't hit. Leave before dark. Thank you, Management. Okay, alles klar. Ich muss dem Typen zuhören. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. So. Alles klar. Good night. Der ist jetzt fertig mit Labern. Aber ich kann auch nicht laufen oder so, ne? Ey, Hadi, ich muss dich nochmal ärgern. Warum? Der Twitter-Fall wird immer noch nicht richtig angezeigt. Und? Nächstes Mal lieber nicht den Chat, um dich nicht zu spoilern. Weil dann wird's witziger. Ja, ich... Aber, ne? Ja, ja. Ich guck den Stream und kann ja dich hinweisen, wenn irgendwas scheiße läuft. Ja, das ist sehr nett von dir. Also. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ich check das nochmal eben. Viel Spaß. Danke, Mama. User disconnected from your channel. So, ich check das jetzt nochmal mit diesem behinderten Dings hier. What the fuck? Okay, das ist voll am Abspackhorn. Hier, da unten. Weil, äh... Das hier wäre jetzt der normale Twitter, aber da unten ist das voll mega am Leggen. Okay, das ist einfach Technik, Leute. Das ist echt ein bisschen, ein bisschen Spacko. Jetzt hat er das wahrscheinlich wieder verschoben. Naja, das sind so typisch Spiele. Ich kann nur 720p. Alter, ohne Spaß, ja. Wir haben das Jahr 2014. Wieso kann man so ein behindertes Spielchen 1080p machen? Kann ja wohl echt nicht wahr sein. Also, ich hab noch 18% Powerlap. Heißt, ich werde wahrscheinlich sofort hart draufgehen. Und ich hab immer noch keine Ahnung, was ich in diesem verfickten Spiel tun muss. Peter, was hast du mich hier für eine Scheiße spielen lassen? Das ist wahrlich eine Bestrafung. So. So, Freunde. Ich kann hier rumklicken, wie ich will. Ich kann mich auch umsehen, aber ich kann nichts öffnen. Weil ich kann natürlich die Tür aufmachen. Kann ich denn durch die Tür gehen? Weil es müsste ja... Lol. Okay, ich seh zumindest die anderen Räume. Wenn ich die Tür aufmache... Okay, ich seh... Da seh ich den Schrank. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, müsste ja theoretisch der Schrank da sein. Weil ich ja... Weil ich in dem Raum bin und da reingucke. So. Erzähl mir mal einer, was dieses Spiel für einen Sinn hat. Oh ja, Peter. Ich denke mir wahrscheinlich gerade... Du lachst dir wahrscheinlich gerade hart den Arsch ab. Ich würde an deiner Stelle, glaube ich, Twitter ausmachen. Ja, meinst du? Ja, ich weiß nicht, was das für ein Gespacke da ist. Weiß ich jetzt auf Anhieb leider auch nicht. Nee, ich mach. Tut mir leid, Leute. Ich werde das trotzdem mal zwischendurch immer hier lesen. Auf dem anderen Bildschirm. Aber Twitter scheint gerade mega hardcore... Mal seinen schlechten Tag zu haben. Bestes T-Shirt übrigens, ja. Hat mir jemand... Ja, ich halte das mal so kurz in die Kamera. Hat mir übrigens jemand auf der Gamescom geschenkt. Ja, super nett. Nochmal, ich weiß nicht mehr... Oh, ich bin übrigens gerade draufgegangen, glaube ich. Jetzt ist das Licht ausgegangen. Bin ich jetzt tot? Okay. Ich müsste mich theoretisch eigentlich verpissen, wenn das Licht ausgeht. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank nochmal für das T-Shirt. Ich habe sogar diverse Tauschgeschäfte dafür angeboten bekommen. Ja. Also, ähm... Oh! Da ist Freddy! Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ja, was mache ich denn jetzt? Was Schönes mit dir? Ja, Angst vor dir habe ich jetzt nicht, weil du machst ja nichts. Da-ta-ta. Lol. Jetzt ist das Licht aus. Ich kann mich aber immer noch umgucken. Ah! Alter, leck mich da doch aus! Alter, boah! Nö, ey. Okay. Alter. Das war jetzt ein bisschen behindert. Wow. Okay. Okay, 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 okay. Schön! Ja, herzlichen Dank dafür, Peter. Ohne Spaß. Ich habe gerade ein bisschen Schweißausbrich unter der Arme bekommen. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, bei Twitter fragt gerade, wo man das Spiel kaufen kann. Das kriegt man für 4,99 Euro im Steam-Store. Da habe ich mir das zumindest besorgt. Alter! Leck mir hart die Cojones. Okay, das Telefon geht. Ich sehe aber kein Telefon. Ich würde ja gerne ans Telefon... Telefon gehen. Ja, das ist der Typ wieder, der labert. Okay, Message. Ja, okay. Ja, Mute Call. Halt dein Maul. Scheiß drauf. Aber... Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit zuhören. Irgendwas muss ich ja hier machen können. Vielleicht kann ich mich mit den Pfeil tasten. Nein, kann ich nicht. Ich muss mich ja irgendwo aus diesem Raum befreien können. Ja? Also, Celebrate und so weiter und so fort. Ich meine, ist klar, ihr wisst das natürlich alle, ja? Die, die das Spiel schon gespielt haben. Und ich weiß auch super nett, dass ihr mir gerade im Chat helfen wollt. Aber ich würde das ja selber rauskriegen. Ich hätte gerade die Tür zu machen müssen, als Freddy da war. Das wäre eine gute Idee gewesen. Ich darf nur nicht die ganze Energie verbrauchen. Warte mal, kann ich vielleicht das Ding ausmachen? Nein. Kann ich mich mit WASD-Leertaste irgendwie bewegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Nein. Ich kann mit der Tastatur nichts machen. STRG. Nein. Ich kann mir nur diese Kameras angucken. Muss ich vielleicht Freddy suchen? Oh, da ist die Damen-Toilette. Okay, wunderschön. Ja, finde ich nett. So. Da sind... Das könnte der sein, ne? Employees only. Sorry out of order. Das ist eine Bühne. Ich höre auf jeden Fall einen Typen. Ja. Cam 3. Da ist auf jeden Fall ein Papier-Papier-Ding. Okay, da schreibt gerade einer im Chat. Hi, du dummer Mongo. Anstatt dem zuzuhören. Ja. Erst mal die Stimme muten. Okay, vielleicht soll ich dem einfach mal zuhören. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Okay. Wäre auch gut. Das... Warte mal. Wir machen mal. Oh shit. Lord, jetzt habe ich das Spiel beendet. Wieso beendet man das Spiel auf Escape, Alter? What the fuck? Oh man, ist das dumm. So. Wir machen aber nochmal ein New Game und hören dem jetzt zu. So, wir halten jetzt die Schnauze und hören zu. Ich gehe jetzt auf. Viel Spaß. Ja, danke schön, Peter. Hau rein. Ich bin Peter. Ich gehe auf. So. 12 Uhr morgens. Erste Nacht. Also. Leute, wir hören dem jetzt zu. Ja, wir werden das jetzt mal... Mal ganz... Wir werden das jetzt erstmal zusammen so spielen, wie es sich gehört. Ich halte jetzt mal die Schnauze. Hallo. Hallo, hallo. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming. But I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just focus on getting you through your first night, okay? Uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know? Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza. It's a magical place for kids and grown-ups alive, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to follow people who are persons. Upon discovering the damage or death of the herd, I've occurred. A missing person report will be filed within 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, if I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So, remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. Okay. So, just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free-roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up until they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. Uh, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. Okay. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So, you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, uh, the only parts of you would like to see the line of there again would be your eyeballs in the middle of the mask. Uh, what? Yeah, they'll tell you these things when you sign up. But hey, first station in the breeze, I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Okay. Okay, ich muss die Türen, ich darf die Türen nur dann schließen, wenn es absolut notwendig ist. Ja, also ich muss, äh, mich irgendwie, ja, äh, äh, davor schützen, ja. Oh, cool. So, ich guck mal kurz, ich kann, ich hab auch grad gelesen, man kann eventuell auch den Ventilator ausschalten. Na, nein, 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 ich will da nicht drauf gucken. Ich möchte den Ventilator ausschalten, weil das soll Energie sparen, ja. So, habt ihr, äh, habt ihr zumindest grad in den Chat geschrieben. Ich will mich natürlich nicht spoilern lassen, keine Frage. Nichtsdestotrotz, muss ich ja immerhin, boah, dieses Game, ne, das ist der Wahnsinn. Peter, ey, von allen Spielen, ja, die du mir hättest aufs Auge drücken können, boah, hast du mir das behindertste Spiel aller Zeiten aufgedrückt. Uh, ich sitz hier im Raum drin, kann nix machen, Mami. Oh, cool, guck mal, da waren wir noch gar nicht drin, ne, in dem Raum. Oh, alles klar, ich guck mal kurz durch die ganzen, alter, wie schnell die Energie, lol, da ist dunkel. Da ist komplett dunkel in dem Raum. So, aber ich muss zumindest, ich muss gucken, dass mich keiner hier irgendwie am Arsch kriegt. Kann ich mir vorstellen. Weil wenn nämlich einer kommt, dann muss ich irgendwie da die Türen zumachen. Aber ich hab nur noch 66%, das ist das Problem. By the way, haben wir natürlich hier noch neue Subscriber, hab ich gerade gesehen. Tenoblion, ja, 22.20 Uhr ist mit dabei. I, Lausii ist mit dabei. Kremix, äh, boah, Alter, wie wird das denn geschrieben, wie wird das denn geschrieben? Rit, 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 und Elende, ja, vielen Dank dafür. So, und, äh, ja, supergeil. Ich kann mich jetzt hier umgucken. Boah, komm, gib mir doch mal, gib mir doch mal einen kleinen Tipp, ja, ohne mich zu spoilern in den Kommentaren. Dafür ist es ja schließlich live, dafür seid ihr mit dabei, ja. Was, was, was am besten jetzt, ohne dass ich zu viel weiß, eine kleine... Buh, ich bin Brandberg, ich schreib was in den Chat rein. Als ob du direkt wüsstest, wie das Spiel funktioniert, haltet du kleiner Mongo, ja. Keine Nutte. Oh. So. Ja, by the way, die Frage, wie lange ich schon spiele, wie viel haben wir denn? Seit vier und... Ne, seit... Oh, scheiße, seit 20 Minuten bin ich jetzt mit diesem Spiel zugange, bei dem ich immer noch nicht so genau weiß. was hier eigentlich abgeht. Ich hab schon gehört, dass das Spiel ganz schön bescheuert sein soll. Da! Da ist was... Da! Der ist da doch, oder? Da ist doch die Umrandung. Hier, da sieht man den doch. Da ist der doch. Der ist jetzt fast bei mir im Dingens. Da, 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 da steht der doch. Okay, behalte die Figuren im Auge. Okay. Ich muss die Figuren auf jeden Fall im Auge behalten. Ich darf nicht gefickt werden hier von der Seite. Hoppala. Also, da darf nicht irgendwie, was hier... Oh! Der, der Vorhang ist aufgegangen. Okay. Ich behalte die Figuren im Auge. Küche. Wo ist der Typ denn? Der ist weg. Der ist weg! Da! Der hat jetzt noch 48% left. Ich höre was. Na, komm, geht zur Seite. Da ist auch nichts. Alter, ich geh... Mieser Bastard, ey. Da ist die Figur! Da ist die Figur! Okay. Da ist auch eine! Da ist eine! Oder? Hier ist noch keine. Okay, die Figur ist weg. Die müsste ja theoretisch jetzt hier sein, oder? Ha! Oh! Ich geh raus aus dem Fenster, Mami! Da ist noch nichts. Da ist aber nirgendwo einer. Ja, die Figur, die steht da rum. Die Figur steht auch noch da rum. Guckt mich dämlich an. Ich höre was klopfen. Ich hasse dich. Ich hasse dich! Jetzt, wo ich ein bisschen weiß, wie es funktioniert, finde ich das ganz schön behindert. Die Figur ist weg. Aber wo sind die? Das Problem ist, wie ist das denn, wenn ich jetzt gleich keine Energie habe? Ich muss doch... 5 a.m. Ich muss jetzt überleben. Ich muss... Ich muss versuchen, so lange zu überleben, wie es... Wie es geht. Oh! Hallo! Ah! Die ist weg! Warum? Okay, die ist immer noch da. Ich glaube, wenn die in dem Raum sind, ist es schon zu spät, habe ich das Gefühl. 5 a.m. 6 a.m. Habe ich es überlebt? Hey! Ja, easy, Alter. Ich musste die nicht mal... Oh, wie? Es gibt noch eine zweite Nacht? Ich dachte, das wäre jetzt so ein Spiel, wo man dann einfach so lange wie möglich überleben muss oder so. Okay, das Telefon geht wieder an. Ja, dann geh doch ran! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich möchte auch die wichtigste, dass du deine Tür-Liebe benutzt hast. Es gibt blinde Spiele in deiner Kamera. Und diese blinde Spiele müssen direkt außerdem deiner Tür. Also wenn du nicht jemanden oder jemanden auf deiner Kamera findest, schau die Tür-Liebe. Ich habe nur ein paar Sekunden, um zu reagieren. Ich habe nur ein paar Sekunden, um zu reagieren. Natürlich habe ich das nicht verwendet. Also, check auf die Karten in Pirate Cove, aber von Zeit zu Zeit. Der Charakter in da sieht, dass er mehr aktiv ist, dass die Kameras für lange Zeit entfernen. Ich glaube, du möchtest es nicht so lange, aber ich weiß nicht. Ich bin sicher, dass du alles unter Kontrolle hast. Wir sehen uns bald. Hallo! Also, der hat gerade gesagt, für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben, äh, für die, die das Spiel das erste Mal jetzt sehen. Ich habe hier tote Winkel in diesen Kameras, die hier wahrscheinlich genau da unten sind. Hier. Und... Ohohoho, Tür zu machen. Du kleiner Ficker. Jaja, du kannst mich mal am Arsch lecken. So, wir müssen nämlich immer gucken, ob die da nicht irgendwie dann am Start sind. So, der ist jetzt da. Da. Aber die verschwinden ja auch wieder, oder? Komm, ich habe die Tür zugemacht. Du kannst wieder gehen. Ich brauche dich nicht. So. By the way, übrigens, vielen Dank an Turtle Twist, der übrigens jetzt hier auch mit im, mit im, äh, Subscriber Team ist, ja. Aber ich habe nur noch 68 Prozent. Kann der jetzt mal abhauen? So. So. Da hat einer geschrieben, was habe ich verpasst? War gerade pissen. Du hast nicht ganz so viel verpasst. Ich kicke mich hier quasi gerade ganz durch diese komischen Kameras und versuche nicht drauf zu gehen. Also diese ganzen Viecher. Da, 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 da ist eine. Die hat sich bewegt. Und da fehlt auch noch eine. Aber wieso geht die denn nicht weg? Das Problem ist, wenn ich gleich keine Energie mehr habe, dann geht die Tür wahrscheinlich wieder auf, wa? Uh. Oh, ihr geilen Schnittchen. So. Ich könnte es denn... Ich kann jetzt mal... Oh, oh. Hase. Hase. Hase im Dining Room. Okay, jetzt gucke ich noch mal kurz den toten Winkel hier. Naja, alles cool. Wie sieht es hier vorne rechts aus? Der ist immer noch da. Geh doch nach Hause. Und ich kann den Ventilator nicht ausmachen. So, ich gucke mal gerade hier, was bei Twitter abgeht. Ja. Äh. Ja, ja, Jay. Jay, du wirst gerade gefeiert für deinen, für deinen, äh, für deinen Schrei gerade. Ja. Dankeschön dafür. Du miese Bitch. Hohoho. 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 Tür zu machen. So, aber nicht. So. Non-stop. Non-stop klicken. Ja, ich weiß, ich muss ja schließlich wissen, was ja... Ah, der ist weg. Hier kann ich die Tür wieder aufmachen. So. Weil es mich ja, äh, letztendlich Energie kostet. Okay, jetzt habe ich das Spiel so langsam raus. Ja, wenn man mal so ein bisschen dahinter blickt, ist das Prinzip gar nicht so scheiße. Ja, gut, du kannst da ja noch, noch ein bisschen rumgammeln. Ja, die scheiß Ente. So, wie sieht's hier aus? Der ist immer noch da und möchte mir auf die Pelle rücken. So, ich soll noch mal ab und zu hier in die Pirate Cove gucken. Ne. Keiner da. Okay, hier ist da, da passiert ja gar nichts. So, der ist immer noch da. So. Okay, Tür kann aufbleiben. Drei, drei Uhr nachts haben wir jetzt. Ah, guck ich mal, was geht denn so gerade in den Kommentaren ab. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt natürlich, ja, dürft ihr die auch gerne mal in den Chat stellen. Kein Problem. Sofern ich dazu in der Lage bin, will ich natürlich auch zwischendurch mal gerne eine andere Frage beantworten. Ja. Oh, da haben wir einen neuen Subscriber. Hurra. Hurra. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Du geiles Schnittchen. Soll ich mal wieder aufmachen? Ja, kann ich aufmachen. Perfekt. Ne, nicht leider machen. So, alles gleich. 20% haben wir noch. Das wird langsam kritisch. Okay. Alles klar. 19% noch. Leute. Das wird knapp. Und wir haben gerade mal drei Uhr. Und es ist immer noch nicht zwei Uhr. So, ich werde jetzt nur hin und wieder mal dahin gucken. So. Oh, leckumio, ey. Ah, da ist er wieder. Ja, ja, komm. No problem. Wenn der von rechts kommt, dann habe ich hier bestimmt... Ne, da ist nichts. 15%. Wie soll ich denn das schaffen? Ich habe fast kaum noch Power. So, ich habe nur ganz wenig Usage an Power. Da ist niemand. Da ist auch niemand. Vielleicht checke ich nochmal ganz kurz. Ne. Ne, alles cool. Alles cool. So. Okay, Leute. So, was steht denn gerade so schön jetzt im Chat? So. Was ist erst drei Uhr? Es ist immer noch nicht zwei Uhr. So. Vier AM haben wir jetzt. Vier AM. Und da ist immer noch nichts los. Im Prinzip kann ich doch eigentlich nur hingehen. Und die ganze Zeit die beiden unteren Kameras im Auge behalten, oder? Ich meine, das geht doch voll klar. Ich habe jetzt noch neun Prozent. Vier Uhr morgens. Ich muss ja nur noch zwei Stunden aushalten. Ja. Türen verbrauchen scheiße viel Energie. Ja, deswegen benutze ich sie ja nicht. So. Da ist immer noch nichts los. Von da kommt nichts. Lol. Ne. Alter, what the shit, ey. Boah, nein, ey, das Spiel ist so krank, Alter. Boah, leg mich am Sack. Alter, mein Popschutz hat sich sogar vom Acker gemacht. Boah. Scheiße. Jetzt mal ohne Spaß, wo kam der denn jetzt her? Alter, ich habe doch auf beide geachtet und ich habe immer die Lichter angemacht. Boah, okay, Puls A35. 135, ey. Alter. Mach die Türen zuerst, wenn du sie siehst. Ja, ich habe sie ja nicht gesehen. Ich habe darauf geachtet. Komm, wir machen noch. Continue Night 2. Ja, wir probieren das jetzt natürlich nochmal. Alter, krank. Echt krank. Boah. Boah. Puh. Vorhin, der kam ja auch erst, als ich die Kamera wieder zugemacht habe, ne. Alter. Nee, sorry, Alter. Das ist ein bisschen krank. Ohne Witz. Wie man so ein behindertes Spiel spielen kann. Jetzt mal ohne Spaß. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur krank, ist das. Ja, ja. Sorry out of order. Hey, ich komme schon mal und will ein bisschen Stress machen. Oh. Oh. Ein neuerer Subscriber. Tribor, der Teufel. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Alter. Ich versuche mal so ein bisschen zwischendurch noch auf den Chat zu achten, um euch halt ein bisschen... Um halt ein bisschen zu gucken, was ihr so schönes in den Chat schreibt. Aber ich bin gerade minimal am Arsch, ja. Hey, ganz ehrlich. Was ist denn das für ein behindertes Spiel? Ohne Spaß. Jol, da ist die... Wie geht die Kamera dann aus? Ja, super. Ist toll. Ah, ja. Ganz toll. Prima. Kameras sind ausgefallen. Ey, ohne Witz noch so ein Ding überlebe ich nicht. Du weißt ja nie, wann es kommt. Das kann doch jetzt schon kommen. Theoretisch gesehen. Da ist die Kamera ausgefallen. Super. Ah, guck mal. Da kommt das schon. Ich bin schon im Supply Closet. Der scheiß Bär steht immer noch im Pirate Cove. Ach, guck mal. Hä? Okay. Restrooms. Sie kommen so langsam. Die Frage ist ja... Oh, ein neuer Subscriber. LP Gaming Guys. 8, 9, 6. Ja. Herzlichen Dank dafür. Hallo. Die Frage ist ja, mache ich die Tür schon zu, wenn sie schon hier sind? In den Räumen? Oder lasse ich sie... Alter, mach doch nicht zu. Oh Gott! Die Frage ist jetzt, ist der immer noch da? Er war im toten Winkel. Alter, wie schnell der da war. Der war gerade noch im Supply Closet. Wollen wir mal nachgucken? Oh Gott! Der ist ja immer noch da. Ah, man sieht das da an dem Dings, glaube ich, dass der da ist. Ja, klar. Komm, ich habe noch 67% und wir haben erst 1 Uhr nachts. Es ist eine Stunde vergangen und ich habe schon 43% weg. Okay, vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen abchillen hier. Aber das Problem ist ja, dass ich die Tür auch zulassen muss. Was für ein Wichser, Alter. Der ist die ganze Zeit da. Oh Gott, okay. Währenddessen werde ich mich mal eben kurz dem Chat widmen. Aber erst zeige ich mal kurz ab, ob die von der Seite nicht kommen. Na ja, er steht immer noch da. Ah, er ist immer noch da. Heißt also, er muss ja hier durchgehen oder da durch. Boah, die sehen aber auch wirklich widerwärtig aus. So, ich guck jetzt mal sagen. So. Ohne Strom hast du keine Kontrolle über Türen und Licht. Ja, ich weiß, aber... Okay, der ist weg. Sehr gut. Puh, alles klar. So, ich muss jetzt nochmal nachgucken. Wo ist... Oh Gott, im Ewel! Das ist ein Witz, Alter! Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh. Hahaha, geil! Ist das krank, Alter! Ist das krank! Oh shit, das muss ich mir nochmal angucken! Oh Mann, ich hab's gerade! Ich hab´s gerade gesehen auf die Verzögerung. Well, wirklich am Arsch! Boah, krank! also ich weiß nicht was ich machen soll aber ich glaube aber mein neunster striber helia mark hallo scheiße die webcam ist ein bisschen verrutscht das ist so das ist so ok wir kommen wir machen noch mal weiter ich habe ja gesagt ich weiß ja nicht wie lange der frühstück stream von peter geht um eine stunde anderthalb ich habe mich auch so um die stunde sage ich mal so ein pendeln aber weil ganz ehrlich ich kann ich kann verstehen warum jay gesagt hat er kann dieses spiel nicht weiter spielen wie schnell der gerannt ist übertrieben übertrieben krank übertrieben es mir ist mir ist heiß und kalt zugleich war okay die sind schon da wie viele figuren muss erstmal kurz gucken es gibt eine ente es gibt einen bären was ist das das ist doch auch ein bär oder ist das irgendwie ein wolf wir gucken mal kurz hier rein man kriegt man kriegt so eine grundparanoia mittlerweile während man das spielt weil man einfach nicht darauf gefasst ist was dieses spiel noch ein mit einem macht ohne spaß okay der ist schon da es ist dass dieses mit diesem rennen da gerade habe ich sowas von nicht gerechnet einfach und dann steht er schon direkt vor mir also ich muss ja ganz ehrlich sagen irgendwie möchte ich das schon nicht mehr weiterspielen das ist oder ist schon da den muss ich jetzt im auge behalten und der typ hier immer noch da ja wo sind die andere hin ich habe was gehört okay alles cool ich habe wo ist der andere hin der ist immer noch da aber hier war auch einer das weiß ich ist er wieder gegangen aders gegangen alles klar aber das sieht man tatsächlich daran jetzt mal kurz die kameras abchecken hier die ist natürlich tot ist klar da ist auch nichts okay das ist es macht mich nervös also es ist wirklich ganz ehrlich das ist nicht so dass man jetzt mittlerweile sagt so okay alles klar man man weiß es und 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 man kommt damit klar ich komme auf so eine scheiße ich nicht klar ohne witz ich habe gerade so den verfolgungswahn bei dieser fixe hier da ist die scheiß ente ok ok alles klar da ist keiner da ist keiner da ist keiner da ist die scheiß ente ich musste hier im auge behalten warum ist die denn da oben willst du mich verarschen okay da ist nichts ist auch nichts zwei uhr haben wir erst ah neun subscriber bammeli hallo vielen dank ich höre mucke oh leute wo ist denn eigentlich er ist immer noch da wo sind der rest von den pennern du bist immer noch bei der scheiß pirate kopf oder was wo ist der letztens durch den gang gerannt das war hier also ist der lang gerannt wo ist denn der rest von den mistfiechern der ist immer noch da du bist immer noch da ah da ist der scheißhase da oben alles klar gut es gibt drei figuren es gibt den hasen es gibt den wichser und es gibt den wichser erst mal besser mit bösen wertern um sich schmeißen so zwei uhr so wie sieht es bei euch aus im chat so alter okay checken wir das ganze noch mal ab ente ist noch da der ist weg wo ist er hin okay das heißt ja der ist gerade da da ist dieser komische bär wo ist die ente hin da ist die ente ente ist direkt im raum hier vorne und die ente ist hier vorne zu machen und der ist immer noch da mal super frage ist muss ich den schon zu machen wenn er noch nicht im toten winkel ist eigentlich ja nicht oder guckers ob der noch da ist ich mach dir jetzt mal auf ah der ist weg ah der hat sich wieder verzogen weil er wusste was ihm blüht ja so alles gut was war da was ne 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 freunde so aber nicht okay der ist immer noch da wo ist der rest okay die ist da warte da ist das andere vieh da fehlt aber noch einer da fehlt einer da fehlt einer oh da ist der bär hallo aber ich mach das ding erst zu wenn du kommst oder soll ich es offen lassen mach mal zu ich muss mal kurz abchecken wo der ist okay ist der zurück gelaufen was alter lass die scheiße doch mal sein ihr miesen penner die tür offen lassen kommt ja keiner der ist nämlich zurück gelaufen da ist er jetzt okay oh der ist direkt im raum hier vorne und zu machen ja die tür ist zu da kannst du mich am arsch lecken so der ist weg wo ist er denn jetzt der ist weg warte mal der ist bestimmt hier vorne oder oh shit mach ich die tür hier auf und der ist immer noch da was mach ich mit dem wir haben schon wir haben vier uhr erst mach die tür zu weil der ist jetzt dachte der ist immer noch da ich hab schritte gehört guck mal kurz ah der ist wieder zurück gelaufen sehr gut du bist auch zurück gelaufen okay wir sind jetzt wieder verschwunden okay wir haben jetzt 5 uhr wir haben es gleich geschafft 6 uhr morgens muss ich nur schaffen scheiße wo ist der scheiß bär diese diese dieses scheiß hasenfieder nein 0% bitte nicht warte ich will nicht hingucken habe ich jetzt schon verloren und verpiss dich hau ab nö komm mach man ich habe so lange durchgehalten das ist ja wohl ein witz ja komm erschreck mich schon aber bitte nicht so feste das ist ja das ist so krank das ist so krank das ist so krank alter oh man ich habe so eine mega verzögerung da draußen ich musste mir das nochmal angucken ohne witz ich dachte ich dachte der geht's ich dachte mein spiel wäre abgeschmiert ich wollte schon klicken und escape drücken und dann kommt der wichser boah ja bei twitter schreiben sie auch schon ja der strom wird nicht reichen ich weiß ich weiß was soll ich machen ach ja übrigens wir haben noch einen neuen subscriber fabian äh 1333 vielen dank boah leute was soll ich jetzt machen soll ich echt noch eine runde spielen alter ich kann nicht mehr das macht mich seelisch fertig das spiel ich weiß ja nicht wer von euch das auch schon gezockt hat schreibt mir in die kommentare ob es ein paar von euch schon durchgespielt haben ja aber ehrlich sein also ich muss sagen ich bin jetzt hier ach komm wir machen eine machen wir noch eine machen wir noch so weil während ich jetzt hier in der zweiten nacht erst bin und hier drin kläglich scheitere ähm so go go eine runde noch guck mal bram bram du bist so ein schadenfrohes mieses Stück scheiße na komm scheiß drauf wir machen noch eine runde alles cool alles cool so alles klar also der Hase die Ente und der Bär das sind die drei Figuren von denen ich mich in Acht nehmen muss so heißt also wir chillen uns jetzt erstmal harder einen ab ja weißt du ich muss man man sieht das ja quasi so ne wie ich hier in meinem Sessel sitze und spiel mir erstmal hier hart an meinen Eiern rum jetzt so jetzt gucken wir mal oh zwei Figuren sind schon weg so da ist die Ente und wo ist der andere miese Wichser ja bestimmt noch nicht hier also der Bär ist noch da da ist die Ente oh nö komm da ist der Strom wieder ausgegangen juch hey ich hör was ich seh ah der ist schon hier vorne jedes Mal da drauf kosten kostet mich auf jeden Fall schon mal ein fucking Prozent ja 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 alles gechillt AHHHHH AHHHHH ich will nicht mehr boah ne komm alter ganz ehrlich das ist ne ich kann nicht mehr ich will nicht mehr ich kann nicht mehr es macht mich fertig es macht mich fertig es macht mich zu fertig Alter oh guck mal Bram schreibt immer noch eine geht noch ich will nicht mehr oh man oh man ok ok eine noch was sagt ihr in den Kommentaren ok eine geht noch ach komm weil ihr es seid scheiß drauf ok ich schwitze wirklich ja ich schwitze ich weiß nicht ob man den schweiß sieht aber ich schwitze mir hier einen ab ja ok 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 ich hab natürlich nichts zu trinken hier außer mein gut und günstig Wasser was übrigens wahrscheinlich total abgestanden ist und falls ihr dann erdeckt ich mach hier Werbung für für diese Marke ja also es geht nichts über ihr wisst ja bescheid Apfelschorle von äh von ja ja so hier jetzt hab ich zwei Sachen genannt gibt kein Product Placement hier so alles klar scheiße ich hab ja schon voll nicht mehr drauf geachtet ach die stehen doch noch alle da ist doch cool so alles klärchen so ist doch alles alles voll total gechillt würde ich sagen dann noch 94% übrig und das läuft ach ich guck immer gut die sind immer noch alle da ist doch easy sind doch nur drei Figuren ne wenn ich mich nicht irre ach eine ist weg ok der ist jetzt hier vorne gut so alles klar aha ja wunderbar ok alles gechillt so jetzt guck ich ich versuch immer so ein bisschen hier noch zur Seite zu gucken um einfach mal ähm mir den Chat auch mal teilweise anzugucken ja wir sind auf Platz 12 der Streams voll gut alter also übrigens by the way wenn ihr natürlich Twitter habt ja könnt ihr natürlich immer gerne mit dem Hashtag der da oben steht PeteStream immer noch was ablassen äh die Einblendung funktioniert jetzt natürlich nicht richtig dämlicherweise aber ähm bis nächstes ich mach auf jeden Fall also ich find streamen macht ziemlich viel Laune eigentlich bin ich ja mehr so derjenige der gerne aufnimmt anstatt äh streamt aber ich muss sagen das macht macht Spaß ja und ich find's cool wenn immer wenn ihr alle dabei seid und ich den Chat lesen kann und bei Twitter und generell das find ich schon ziemlich nice muss ich ehrlich gesagt zugeben und deswegen würde ich auf jeden Fall auch mal eine Runde Counter Strike streamen vielleicht auch mal ein bisschen Kisten öffnen oder so das ist immer eine schöne Sache so jetzt hab ich das Gefühl hier gleich kommt schon wieder was angeschissen ich trau mich mittlerweile schon gar nicht mehr in mir die anderen Camps hier anzusehen da ist die Ente jetzt muss ich nur den Hasen finden da hinten ist er alles klar ist noch alles cool so guck mal dieser komische Bär steht immer noch da die Ente immer noch der Typ ist mittlerweile auch noch da das ist doch alles perfekt guck mal wir haben noch gar keinen Stress hier machen wir mal eine kurze Überprüfung hier ihr merkt schon ich bin so nervös dass ich mittlerweile schon die ganze Zeit am reden bin ja die Tür machen wir trotzdem noch nicht zu ich hör erstmal ob da was angetrippelt kommt ich versuch meine Nervosität so ein bisschen zu überspielen hier in dem ich einfach ein bisschen rede und ich glaube ich schließe jetzt doch mal die Tür weil mir das ganz schön auf den Keks geht dass der Typ da steht der übrigens mittlerweile weg ist ah er steht mittlerweile in dem Raum davor ja komm gehen wir nicht auf den Sack so ich kann die Tür mittlerweile wieder aufmachen ah weil das verbraucht zu viel Strom hier ist alles cool da ist keiner da ist einer da ist die Ente der Bär steht immer noch da what the fuck was hat der der hat wohl diesmal keinen Bock Ente ist da der andere Motherfucker ist da oh guck mal der will sich schon wieder ranschleichen das hätte es aber gerne gehabt du kleiner Wichser mach mal die Tür zu hier die Frage ist ja ihr könnt mal zumindest gerne mal in den Chat schreiben ob ich die Tür schon zumachen soll wenn sie wenn sie hier im Raum sichtbar sind oder ob ich warten soll bis ich die im Licht sehe so ein neuer Subscriber Gigi Nacktmull ja herzlich willkommen Dankeschön so wo ist die Ente die Ente ist da der Bär ist immer noch da der Typ ist mittlerweile ah ich geh mal davon aus dass du nicht da stehst okay dann hier nein okay alles klar läuft doch bis jetzt alles noch wie am Schnürchen würde ich sagen oder so und jetzt werde ich erstmal hart angerufen von Jay der mir aber mal richtig krass die Popperze schmatzen kann die Ente ist nicht da wo ist die verfickte Ente oh Jay auf mich anzurufen du geile Nutte wo ist die Ente hin die Ente ist weg die ist wahrscheinlich in der Kitchen so da ist der Hase der Bär steht immer noch da der will einfach nicht hat wohl keinen Bock okay 3am läuft wenn man noch 44% läuft ist doch geil da ist oh die Ente kommt jetzt muss ich mal kurz gucken da ist der Bär und der komische Hund ist immer noch da also alles immer noch im grünen Bereich Jay ruft mich immer noch an du kannst mich am Arsch lecken nein wir haben einen neuen Subscriber der Tosos ja vielen Dank nichtsdestotrotz da habe ich mich jetzt nicht davon ablenken lassen wo hier die Ente ist da wo ist der Bär der Bär ist da immer noch immer noch alles total easy alter so gucke ich jetzt erstmal in den Chat rein die Hali aber auch immer versucht sich ablenken zu lassen ja das ist bei mir gar nicht mal so gar nicht mal so schwer das stimmt wohl da ist die Ente da ist der miese Hund okay der Bär ist immer noch da was ist denn los läuft alles total gechillt hier ich kann mich jetzt zurücklehnen hier so it's time deine Mutter ist time alter oh guck mal noch mal rein lol warte okay nix da ich habe was gehört da ist der Hund okay wo ist die Ente warte nein sie ist nicht da sie ist nicht da sie ist nicht da okay die Ente ist nicht da oh 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 okay ich guck nochmal nach da ist der Hund ah Gott im Himmel okay no problem alles cool so wo ist die Ente Alter wie hier die ganze Zeit die übertriebensten Geräusche die Ente ist weg ist der weg nein der ist immer noch da alter mir geht der Saft flöten ohne Spaß wo ist die wo ist die scheiß Ente Ente da ist der Bär der Bär ist einfach nicht weggegangen warte mal wo ist die Ente das gibt's nicht boah vielleicht sollte ich einfach mal aufhören die ganze Zeit die Kamera zu benutzen wenn die Tür noch zu ist wie der die wie er da nicht weggehen will er ist weg alles klar so alles perfekt so das schaffen wir Leute das schaffen wir diesmal diesmal schaffen wir das ich guck mal noch kurz durch da ist die Ente so der Hund ist immer noch da da ist der Hase ah alles cool ey ja easy peasy so acht lächerliche Prozent noch läuft ah ich guck jetzt nochmal hier rein da ist die Ente wo ist der Hase der Hase ist weg oh okay er ist nicht da komm schon jetzt mach endlich die neue Uhrzeit hier da ist der Dingens ich kann jetzt nicht mehr bitte komm schon mach schon 6 Uhr 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 komm schon ich hab schon wieder 0% komm schon komm schon kommst du die 5% hey okay 6 Uhr komm schon neuer Subscriber Crashcore vielen Dank dafür und cooln12 auch hab ich jetzt wieder verloren ach komm verarsch mich ich hab mich voll gut geschlagen ich bin Freddy ich muss ein bisschen meine Augen leuchten geschafft 6 Uhr oh shit boah okay alles klar nice okay Leute wir haben es geschafft ich hab grad wieder eine Steam Nachricht gekriegt eine letzte noch weil du geil bist ja sicher mach ich jetzt noch eine Bramner Standard schließlich hab ich jetzt wieder eine neue Nacht vor mir ja komm rede mit mir ja holi holi hey du super guckst m v du u 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 Ja, never mind, scratch that. Oh, 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 hallo, da ist schon einer da. Oh, die Ente ist schon im Vorraum. Die Frage ist, soll ich die Tür zumachen oder nicht? Kann man den Ventilator rausmachen? Kann man generell hier irgendwas machen? Die Ente ist immer noch da. Bram sagt, ich soll nicht so oft durch die Kameras jumpen, aber... Jetzt mal ohne Spaß. Die Ente ist immer noch da, okay. Vielleicht warte ich einfach mal. Also scheinbar kann man ja wohl warten. Selbst wenn die im Vorraum noch stehen. Erst wenn die in der Tür lugen, ist es wohl zu spät. So, und der Hase ist immer noch da. Der Motherfucker ist auch noch da. Aber das ist jetzt ein zusätzlicher, glaube ich, ne? Die Ente ist immer noch da. So. Ah. Okay, der Typ ist immer noch da. So. Da ist immer noch alles cool. Puh, Leute, ich sage euch, jetzt gucke ich mal kurz in den Chat rein. Äh. Alles klar. Achso, wenn ich warte, kommt irgendwann ein Jumpscare. Da hätte ich mir schon denken können. Okay. Was ist da oben? Da oben ist immer noch alles cool. Die Ente ist immer noch da. Chillt da vor sich hin. Von mir aus kann ja die ganze Nacht stehen. Ist mir auch egal. Aber wir sehen ja hier, das ist Freddy. Das ist die Ente. Und das ist der komische Hase da. Das sind wohl die drei Figuren, die uns hier halt auf den Sack gehen wollen. Die Ente ist immer noch da. Der ist immer noch da. Läuft. Ah, wir haben einen neuen Subscriber. Coxa. Ja, aber nicht der Cock, sondern mit X. Ja. Vielen Dank. Okay, ich checke nochmal. Ach, der Bär steht jetzt. Okay, die Ente ist immer noch da. Oh, guck mal, er bewegt sich. Lol, der hat eine Hakenhand. Boah, der sieht ganz schön mies und eklig aus. Okay. Achso. So, es ist immer noch alles cool. 68% noch. Läuft. So. Ah, wir können auch nochmal auf Twitter kommen. So, irgendwas wird gleich passieren und Heidi wird sich mega erschrecken. Naja, das ist ja noch gar nicht vorgekommen. Natürlich nicht, ja. Die Lodify. So. Komm, ich checke nochmal. Ente ist noch da. Er ist weg. Nein, 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 nein. Du miese Hure. Wieso konnte ich die Tür nicht zumachen? Boah. Okay, der kommt aber ganz schön angerannt. Der kommt aber übelst angerannt. Hätte ich nicht gedacht. Puh. Okay. Okay, 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 okay. So, komm. Äh, was haben wir jetzt? Alles klar. Wir haben jetzt eine Stunde streamen. Aber eine mache ich noch. Eine mache ich noch. Komm. Eine geht noch. Eine geht noch. Der ist aber wirklich die letzte jetzt. Der ist die letzte. Denn, äh, ich hab noch, äh, kaltes, selbstgemachtes Chili con carne im Kühlschrank. Und mein Magen befiehlt mir quasi, schieb es dir rein. Ja. Schieb es dir rein. So, die Ente, die Ente ist schon mal wieder weg. Ja. Wunderbar. Die Ente scheint immer über rechts zu kommen, hab ich das Gefühl. Es ist wieder alles dunkel. Wunderbar. Boah, Bramme, du bist so ein sadistischer Drecksack. Sehr gut. Belustige uns. Da ist die Ente. So. Okay. Alles klar. Die beiden sind immer noch da. Heißt also, alles total gechillt. Wo ist die Ente hin? Die Ente ist weg. Oh, nee, komm. Okay. Nochmal abchecken hier. Ach, die Kitchen-Fuchs. Da ist die Ente. Kleine miese Hure. Bis jetzt ist eigentlich nur die Ente unterwegs. Und solange die da ist, kann ich mir mal schön den Puckel runterrutschen. Boah, ich sehe gerade, wir sind um Viertel nach elf. Und selbst trotz der Tatsache, dass die Leute morgen in die Schule müssen, oder beziehungsweise, dass viele von euch morgen in die Schule müssen, sind wir immer noch 8.500 Leute. Und das finde ich ganz schön geil. Ja, das muss ich jetzt mal ganz einfach so sagen. Finde ich nice. Ja. Dass ihr alle so sadistische kleine Dreck-Säcke seid, die mir hier zugucken wollen, wie ich mir hier halb in die Hose uriniere. Die Ente ist weg. Vielleicht ist die auch links. Nein, ist die nicht. Aber die Ente ist weg. Ich muss die irgendwie im Blick behalten. Da ist die Ente. Okay, die Ente ist in Camp 4A. So. Heißt also, ich gucke jetzt mal wieder bei Twitter. So. Ob meine Mutti auch meine Let's Plays schaut, schreiben die hier gerade bei Twitter. Beziehungsweise fragt jemand. Hat sie mal recht intensiv? Momentan hat sie nicht ganz die Zeit dafür. Guck mal, die Ente ist direkt hier vorne. Oh, oh, oh. Da ist immer noch alles cool. Oh, die Ente ist weg. Heißt, warte. Obwohl ich damit gerechnet habe, wusste ich, dass sie mal vor der Fresse steht. Oh, Gott. Alter. So. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt muss ich ganz... Alter, die Webcam ist schon wieder verrutscht. Alter, Vater. Boah. Okay. Also, egal, Schnittchen. Ich glaube, Peter, ja, ich habe meine Bestrafung, ich hoffe, ich habe meine Bestrafung damit jetzt wirklich erfüllt. Ich finde, das reicht jetzt auch. Und an euch, liebe Zuschauer, ja. War mein erster Livestream seit langem wieder. Ich hatte ja schon mal einen. Das ist aber jetzt auch wirklich schon ein paar Wochen und Monate schon her. Bis jetzt. Also, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich werde das jetzt noch mit den Twitter-Tweets hier noch hinkriegen. Dass das hier auch schön in dem Bild noch aufgezeigt wird. Also, dass es so schön da durchläuft. Denn ihr habt bestimmt auch Interesse daran, dass man so ein paar Twitter-Dinger auch lesen kann. Und ansonsten scheint es ja technisch einigermaßen funktioniert zu haben. Ja, ihr schreibt gerade alle, yo, CSGO, streamer CSGO. Also, Leute, CSGO werde ich auf jeden Fall streamen. Jetzt, wo ich weiß, wie die ganze Technik hier funktioniert. Ja, nochmal danke an den lieben Peter, der mir da so kurzfristig nochmal geholfen hat, das alles einzurichten. Ähm, ja, also CSGO. Ich bin ja ab, äh, Sonntag, ab Sonntag bin ich ja unterwegs. Ich, äh, habe ich ja schon mal bei Facebook gepostet. Ich bin ja für dieses Forza-Event eine Woche weg, wo wir da, äh, mit, mit Sportkarren durch, äh, Landschaften ballern. Ähm, äh, daher wird das nächste Woche wahrscheinlich eher schwierig mit einem Stream. Ähm, und da ich auch noch viel schneiden muss, weiß ich nicht, ob es diese Woche noch klappt. Äh, äh, aber danach hätte ich auf jeden Fall megamäßig Bock drauf. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Daher, ja, Peter, ich habe meinen Soll erfüllt. Ich hoffe, dass ich, äh, demnächst nicht nochmal verlieren werde. Ich danke allen Leuten, äh, die über Twitter so regel teilgenommen haben. Ich danke allen Leuten, die in den Chat so regel teilgenommen haben. Ich danke allen Zuschauern, die dabei waren. Ihr seid die geilsten Schnittchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderbare Nacht.